Hey Andi, Fernseher an. Und wieder ein weiterer unerklärlicher Todesfall. Schon wieder wurde eine Person in ihrem eigenen Haus tot aufgefunden. Der Anzeige ermittelt die Polizei, jedoch konnte bis jetzt noch keine Verbindung zwischen den Opfern hergestellt werden. Jetzt zum Wetter. Morgen gibt es fast im ganzen Land eine milde Brise mit Wolken und Sonne. An der alten Nordseite ist es meist bewölkt. Im Osten haben wir am Vormittag Sonne und am Nachmittag Wolken... Hier Andi, ein Zwerfstufel mal. Und setzt Nudeln auf die Einkaufsliste. Untertitelung des Zwerfstufelsen Hier Andi, Licht an. Hier Andi, Wasser aus. Hier Andi. Andi? Muss das sein? Muss das sein? Man auf der Seite. Wenn man hier mit einer Kulung hat, gibt es die Kulung. Und wenn man hier mit einem Kulung hat, dann kann man hier sein. Ich hab zu Hause auf die Kulung. Ich hab zu Hause. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020